haut auf du nicht irgendjemand mit mehr als im halben leben das wäre echt schön aber anscheinend haben wir so jemanden nicht unsere zwerge trinken wir hier hinten komm weg damit der trinkt doch auf jeden fall oder wir kommen hier so wir haben jetzt eisen lager eisengeule ich glaube wir brauchten auch holz eisennägel ja holz 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 ersetze hinten stein ist jetzt so vorne stein 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 erst dort hinten dann stein vorne ja du kriegst gleich ein totem keine sorge kein holz portet euch mal hier hinten dann hätten wir gerne das das und das so da kommt ein stein hin du wirst eingelaufen von einem käfer wir schaffen hier mehr käfer so aber holz müsste jetzt da sein genau bringt es ins lager lager 13 neue sachen dann baue ich jetzt bitte das totem ok eisen holz holz glas totem totem dahin steht nicht im weg so totem ist grumpig das ist verständlich und okay wir hätten gerne da einen stein und hier kommt wieder die tür hin die wir allerdings noch nicht gebaut haben die tür war ach so ein schloss und nagel und bretter und all so anderes zeug das ist nicht so schön ja ich glaube da meckert dass hier oben luft ist mehr hast du nicht zum meckern oh das macht meine scapholien kaputt komisch komisch na gut wir wollten hier weiter graben für eisen was was machst du da oh oh genau einfach weglaufen keiner von euch hat ein angriffssumbole auf dem kopf hm so da oben baustein da dirt dirt also ja noch geht das mit hochklettern du bist müde ja die sind alle müde zwerg die sind alle alle müde da stein ja komm 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 ich hoffe mal ich kann überhaupt hier stein hinsetzen weil ähm das totem ist ja so komisch testen so stein da bauen das da weg einfache geschwindigkeit metall truhe haltbarer metall truhe komfort 4 ok ist jetzt nicht ganz so wichtig auf meiner prioritätenliste aber na gut 1 2 3 4 5 6 7 da ist schon zu da zu m die cobblins wieder substanzada so meist kaphradingen Stein Baustein stein und wir hätten gern wieder ein portal bei irgendeiner holzstelle hier würde ich sagen holz 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 doppelte geschwindigkeit und die kopplungslastung hoffentlich jetzt genauso in ruhe wie letztes mal auch weil ich hier halt so eine steile steile ist auch wenn ich weiß obviel dich daran liegt aber sie können ja leitern bauen aber wir haben anscheinend genug spaß daran immer hier hochzulitern da hochzulitern wieder zurückzugehen wieder hier hochzulitern da hochzulitern zurückzugehen das beschäftigt die den ganzen tag lang auch nicht schlecht so alles einsacken sehr schön sehr schön sehr schön wie schaut es hier unten aus feuerstelle schreiner buch du musst weg was macht das ohne hermine das kann nicht geplant gewesen sein so 1 2 3 4 5 fackel und hier im portal damit das ganze schneller geht steiner herrt ja du baustein dort 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 langsam ganz langsam sieht das aus hinaus so brauchen mehr dort genau sagt das hier alles ein und wir haben hier einen gang ich hoffe man da sind diesmal keine beholder wir haben unten die grillen links beholder oben links kopplungs und wir hätten noch überall untote gehabt wenn ich in der ersten nacht schon losgezogen wäre die ganzen grabsteine um zu bauen sehr schöne karte soweit so nicht nicht wegkommen stein da baustein 1 2 3 4 ihr seid alle noch hier hinten oder wollt ihr gleich wieder hin weil hier noch sachen auf dem boden liegen jungs go 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 also jamm 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 tische tische und alles brauchen alles kann ich da keinen stein hin bauen baustein ah ok kann man dort stein dort stein das ist nicht so schwer nicht möglich hier stein zu bauen gut entfernen totem das muss weiter runter ich hoffe mal wir können das totem jetzt hier aufsetzen weil sonst wäre es nicht mittig ich mag es nicht wenn sachen nicht mittig sind euer heiliges totum liegt im dreck und schnecken krabbeln drüber also sammelt das gefälligst genau ein und stellt es da wieder auf so da baustein komischerweise haben wir anscheinend immer noch der anfang von einem haus sonst wären die sternchen nicht da ja du bist immer noch kumpel ich das okay nacht kommt schon wieder wird es regnen überhaupt also das muss noch weg neues portal und ich hätte eigentlich ganz gerne stein wir könnten uns einfach meh nee der steinberg ist wieder hinter den goblins ich habe so ein leichtes dichervue es ist nur diesmal genau andersrum was zur hölle machst du hier oben okay das war suboptimal äh da kessel sehr schön graben ja ihr wollt betten haben ich weiß aber ihr seid komische zwerge ihr könnt nur in betten schlafen wenn die in einem haus sind und ein totum lächelt und komische kissen da sind und terracotta wände habt ihr selber schuld gewisse andere zwerge haben einfach im dreck geschlafen na aber na gut ah es ist schön für die steine sehr gut einfachgeschwindigkeit du 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 hier stein bauen dört 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 holztür für ein schloss brauchen wir drei eisen wir haben allerdings zwischen eine mo eine münze also kaufe ich mir noch mal eisen kauf bloing sehr gut warum gehst du da hoch wenn du dich da hin porten kannst und egal Baustein, Baustein, Baustein. Eisen ist da, sehr gut. Wir brauchen ein Schaloss. Oh, wir brauchen erstmal eine Werkbank oder wir brauchen erstmal einen Tisch. Weil wir für die Türen kein Holz brauchen, sondern Bretter. Und Bretter können wir nur herstellen, wenn wir eine Werkbank haben. Wir brauchen noch einen Tisch für Essen. So, hier ist die Werkbank. Tisch, Eisen, Holz, Holz, aber wir haben den Tisch nicht genommen. Tisch, so, Werkbank, macht man hier unten Platz. Ja doch, komm mal breit. Eins, das geht nicht ganz auf mit dem Platz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier muss noch eine Reihe hin. Aber später, später wieder. Erstmal wollen wir einfach nur Platz haben zum Arbeiten und Schlafen und dann ist gut. So, da hätten wir gern die Werkbank. Level aufgestiegen. Da hätten wir gern das. Ne, 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 Ausrüstung für den Zwerg kriegen wir demnächst ein Landschaftsbild. Das sind so, so dermaßen komische Zwerge hier. Lager, wir brauchen Holz, Bretter, eins, zwei, drei, vier. So, jetzt brauchen wir eine Tür. Haben wir davon schon einen Bauplan vor einer Tür? Nee. Okay, also probieren wir aus, nachdem wir das Schloss gebaut haben. Eins, zwei, drei. Flupp. So, Schloss war in der Mitte und die Bretter müssen erst gebaut werden. Aber ich glaube, das war so, also ein Schloss mittig und dann links Bretter, so um das Schloss rum. So in der Richtung. Warum liegt da ein Buch auf dem Boden, das ich nicht aufheben kann? Ah. Und ja, ihr seid alle müde, ich weiß. Wir könnten schon mal ein paar mehr Betten bauen. Das war ein Haar. Wir haben schon sechs Zwerge, das geht ganz schön flott hier im offenen Spiel. So, da noch einen hin, da noch einen hin, das weg, das weg, da ein Stein hin, da ein Stein, ah, da dorthin, da dorthin, so. Und jetzt machen wir den Eingang schon mal so, wie er wirklich später sein soll. Und bitte ein Portal hier oben hin, damit die Dörtlöffel gesetzt werden können. Danke. Stein, Stein, da, Baustein. Und die klettern immer noch, die toben Jungs. Klopp. Du, da, Baustein. Du, da, Baustein. Jetzt haben wir so einen kleinen Überhang hier. Hier könnten wir eine Brücke hinbauen, die wir dann nur für einziehen. Oh, kann man Brücken bauen, die einziehen? Also, ich weiß, man kann Brücken bauen, aber also mit Mechanismen verbinden oder so? Das wäre schick. Dann wäre das hier unser Burg graben mit einem Kriegsschwein drin. So, da, Baustein, Baustein. Und verklickt. So. Tür. Dum, 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 Schloss. Eins, zwei, es fehlt ein Brett. Also, wenn das Rezept so ist, wie ich denke, dass das war. So. Und derweil, damit ihr keine Langeweile aufkommt bei den Zwergen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da. Und hier bitte weiter graben. Ihr kriegt doch ein Portal, keine Sorge. Das da weg. Und ein Scaffolding rauf, damit ihr hier nicht ganz so Probleme habt. Und damit wäre es fertig, wenn die Tür da wäre. Brett ist fertig. Nicht so. Drück die Daumen, dass das Rezept so ist, wie ich dachte, das war. Nein. Äh. 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 Hast du Holz? Oder war es eine Mischung aus Holz und Brettern? Oh. Pff. Pff. Okay. Flop. Und dann sind wir eventuell schon Haus. Vielleicht brauchen wir noch so einen Deckel. Aber da bin ich nicht ganz sicher. So. Drei Betten haben wir jetzt. Da sollte ein Bett hin. Da sollte ein Bett hin. Geht nicht. Also da, da, da kann noch ein Bett hin. Sind denn zwar nur vier, aber meh. Tür ist da. Warum, warum meckerst du da oben? Da gibt es nichts zu meckern, da ist zu. Tutem. Hey. Keine Scherze hier. Hm. Okay. Ich baue den Deckel. Da. Falltür. 1, 2. Flupp. Falltür. Falltür. Pssst. Da drauf. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich würde gerne schlafen und essen und also ein anderes tolles Zeug. Nö. Ich weiß nicht, was er will. Was ist komisch? Also die Sternchen funkeln hier oben beim Portal rum. Ist hier vielleicht irgendwo kein. Er setzte Stein. Er setzte Stein. Er setzte Hintenstein. Ne, der muss überall hinter Wand sein, sonst hätten wir die Steine gar nicht platzieren können. Sehr, sehr komisch. Gut. Wir setzen kurz mal an den Tisch, damit wir was zu essen haben. Einfach da hin. Schwing. Morgenstern. Achso, war das Rezept. Okay. Das da geht nicht weg. Weg. Okay. Hebt mal die andere Seite hier noch aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. Weg, weg, weg. Wo ist das Essen? Ich bin am verhungern. Ja. Gemischter Salat. Wahl, Apfel und Dingens. So. Gleich ganz, 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 ganz viel. Auch wenn nachher alle meckern werden, das ist immer das gleiche Essen. Aber was soll's? Gemischter Salat. Tisch, 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 tisch. Doof, eh, vorweg, machen. So. Das doofe Gesicht meckert immer noch rum, dass das hier kein richtiges Haus ist. Ich mach mal die ganzen Scaffoldings weg. Vielleicht zählt das dann eher als Haus. Nö. Da oben ist irgendein Fehler. Ich weiß nur nicht welcher. Hm. Aber gut, das werden wir in der nächsten Folge rausfinden müssen. Also, bis gleich. ? Vielen Dank.